Mit diesem Video möchten wir euch eine Zusammenfassung der Kurzgeschichte Sommerhaus später von Judith Herrmann geben. Sommerhaus später wurde 1998 veröffentlicht und thematisiert Selbstverwirklichung und Abgrenzung zur Gesellschaft. Die Kurzgeschichte spielt in den 90er Jahren in Berlin. Eine der Hauptfiguren ist Stein, ein Taxifahrer. Er ist obdachlos und bewahrt seinen gesamten Besitz in drei Plastiktüten auf. Die andere Hauptfigur ist die Ich-Erzählerin, deren Name dem Leser nicht bekannt ist. Sie ist Mitglied einer Clique, die aus mehreren Künstlern besteht. Eines Tages ruft Stein die Ich-Erzählerin an und erzählt ihr von einem Haus, was er gekauft hat. Sie ist überrascht, aber lässt sich von Stein abholen und gemeinsam fahren sie zum Haus. Während der Fahrt in Steins Taxi denkt die Ich-Erzählerin über ihre dreiwöchige Beziehung mit Stein nach. Sie sind hauptsächlich zusammen Taxi gefahren, haben Musik gehört, miteinander geschlafen und Drogen genommen. Nach drei Wochen schmeißt die Ich-Erzählerin Stein raus, der daraufhin Beziehungen mit den anderen Mitgliedern der Clique anfängt. Die Ich-Erzählerin fragt sich, wieso Stein ausgerechnet sie angerufen hat. Sie möchte von Stein wissen, wie viel sein Haus gekostet hat und er erzählt ihr, dass er 80.000 Mark bezahlt hat. Sie fragt, woher er 80.000 Mark hat und daraufhin sagt er nur, dass sie die falschen Fragen stelle. Sie hören wie früher Musik und es kommt zu einer Berührung zwischen den beiden. Kurz darauf kommen sie zu einem Haus. Aus diesem kommt eine Frau mit einem Kind. Stein begrüßt die Frau mit dem Namen Frau Andersson. Sie übergibt Stein die Schlüssel zu seinem neuen Haus und erklärt, dass es kein Wasser gibt. Stein erklärt der Erzählerin, dass die beiden die Vorbesitzer des Hauses waren. Bei der Erzählerin kommt jetzt doch Freude über das Haus auf und sie fahren weiter nach Karnitz, wo es steht. Angekommen am Haus stellt die Erzählerin fest, dass es aussieht, als würde es bald einstürzen, dennoch gehen sie rein. Sie schauen sich das Haus an und gehen bei der Hintertür wieder raus, wo sich ein großer See befindet. Stein sagt der Erzählerin, dass er das Haus für die gesamte Clique gekauft hat. Bei dieser Vorstellung wird der Erzählerin unwohl und sie sagt zu Stein, dass er aufhören soll. Er berührt sie, woraufhin sie jedoch zurückzuckt und anfängt zu frieren. Sie sagt, dass das Haus nur eine Möglichkeit von vielen ist und fragt, wieso er 80.000 Mark für eine Möglichkeit bezahlt hat. Die Erzählerin meint plötzlich, das Kind der Vorbesitzerin in der Nähe stehen zu sehen. Die Stimmung der beiden scheint auf einmal angespannt und sie fahren schweigend wieder zurück. In den nächsten Wochen geht das Leben innerhalb der Clique normal weiter. Sie nehmen Drogen, schlafen alle miteinander und hören viel Musik. In einer Nacht geht die Clique betrunken auf einem zugefrorenen See Schlittschuhlaufen und Toddy, einer aus der Clique, bricht ins Eis ein. Anstatt den anderen zu helfen und in Panik zu geraten wie sie, fangen die Erzählerin und Stein an zu lachen. Stein sagt blau, die Erzählerin kalt und sie lachen weiter. Einige Wochen nach diesem Vorfall verschwindet Stein, doch die Clique, mit Ausnahme der Erzählerin, scheint dies nicht besonders zu interessieren. Stein fängt an, der Erzählerin Postkarten zu schicken. Die erste lautet, das Dach ist dicht, das Kind putzt sich die Nase, sprich nicht, ist immer da. Auf die Sonne ist Verlass, ich rauche, wenn sie geht, ich habe was gepflanzt, das kannst du essen. Den Efeu schneide ich, wenn du kommst, du weißt, du hast die Schlüssel immer noch. Stein verwendet in seinen Postkarten immer die Formulierung, wenn du kommst. Die Erzählerin beschließt jedoch, auf eine direkte Aufforderung zu warten. Wenn sie einen Tag keine Postkarte bekommt, ist sie enttäuscht. Eines Tages, als sie mit Falk im Bett liegt, bekommt sie einen Brief anstelle einer Postkarte. Im Brief ist ein Zeitungsartikel, in dem von einem abgebrannten Haus in Karnitz berichtet wird. Als Falk fragt, was sie in der Hand hat, sagt sie nichts. Die Erzählerin packt den Zeitungsartikel in eine Schublade mit den Postkarten und den Schlüsseln für das Haus. Sie denkt, später. Das war Sommerhaus später von Judith Herrmann und wie man sehen kann, gibt es ein offenes Ende. Man weiß nicht genau, wie es mit der Erzählerin und Stein weitergeht und weshalb das Haus abgebrannt ist. Das Ende von Sommerhaus später ist offen für viele Interpretationen. Das Ende von Sommerhaus später ist offen.